Gut, verstanden. Weiter geht's. Hier geht's noch hoch. Hier gibt's noch irgendwas. Nö, hier gibt's gar nichts. Gut, dann laufen wir weiter. Oh, no. Some kind of electronic lock on the gate. Most likely it opens only if you have the right ID data stored in your left hand. Perhaps you could find a cyborg with access and, uh, borrow it? You see any cyborgs around here, Doc? Why not double back and check the vehicle route again? You know, back at the entrance to the old city. Heh, who knows? Maybe you can hitch a ride. Most likely platoon commanders carry correct ID data for the gate. Use enhanced mode to figure out who to hit. Ja, natürlich. Oh! Ich hätte den nehmen können. Scheiße! So, da ist der nächste. Na? Na, jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Wie hätte ich die denn bekommen können? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Na ja. Haben wir hier noch irgendwas. Oh, ich kann zerbrechen Raketen. Ähm, ich bin mal für kleine Galaten. Ja, wer schon abkehrt? Wie würde ich jetzt drüben? Ja, wer schon abkehrt, wie würde ich jetzt drüben? Ja, wer schon abkehrt, wie würde ich jetzt drüben? Oh, ja. Oh, ja. Ja komm ich hab ja so viel noch von denen Don't miss nur einer Gut Warte mal Bestätigen So macht man das meine Lieben Ah Oh Scheinbar Genau dahin Okay es ist ein ziemlich großes Gebiet würde ich sagen Das habe ich Ja 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 Was ist passiert? Yeah, I just dodged a bullet. Alright, I'm heading for the refinery. Okay. Das ist Shrek. So ein bisschen so leicht. So. Hier kommt man nicht hoch. Oh! 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 Komm, geh mal rein, denn zurück da. Ich glaube, ich hab da... Ja, sieht er mich? Juhu! So machte man das. Oh shit! Wo ist der hin? Oh shit! Oh shit! Oh shit! Na? Hey! Hey! Ach, Manu! So, jetzt nochmal! Ich kick's einfach nicht mehr hin! So machte man das! Zerstört! Längste Kombo, 30 Kills, 3900. Kampf auf H&B. So ne Boden-Luft-Rakete? Wieso nicht? Nee! H&B! Jonje Okay Gut, da ist noch was Ein paar Panzer brechen in Raketen So what, it's a sheer drop? The refinery's not connected to the city at all? No, it was only built two years ago. There should be a narrow path around there that leads to the plant. It is protected by a fence, but probably you can cut your way through. Probably. Don't get cocky. Most likely it is Desperado running security down there. Okay. Gut, also das Spiel sieht schon sehr, sehr geil aus, muss ich sagen. Und es macht auf jeden Fall Spaß, vor allen Dingen, ja. Ja, auf dem Spiel, ich kann es grad, wo ich das spiele, ist das jetzt. Jetzt minimal anspruchsvoll. Wow! Oh! 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 Gut, gut, gut! Wo muss ich weiter hin? Ab nach oben! Ja! Okay! Okay! Wir haben da Laser-Kameras, ja? Die... ...sollte ich jetzt nicht treffen. Ach, Scheiße! Oh! 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 Oh, Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020